What? What? What's happening? Morgen, Jungs! Und Mädels, wir spielen SAP Containment. Und Mädels? Das hast du schon mal gesagt. Egal. Du hast mich jetzt voll rausgemacht, Mann. Ich mach safe, ja. Nochmal neu? Abbruch! Wieso schreib ich den nein? Ich will nicht Fred heißen. Ach was. Genau. Das Ziel ist wieder, einfach SAPs zu sehen. Ja. Was gibt's Neues an SAPs? Was ist 1074? Weiß ich nicht. Bisschen wir gut informiert, ne? Da geht's raus. Bildschirm! Ach so, warte. Genau. Das stimmt. SAP 178. SAP 035 sind die 3D. Das ist die 3D-Brille, oder? Ich weiß es echt nicht. Glaube schon. Es ist ja auch eigentlich egal, wenn man... Die Gangbang-Brille. Die Gangbang-Brille. Ja. Genau, weil da so viele dann kommen. Ja. Die die dann zusammen zusammen rumzingeln. Oder so. Du sauer. Ja. Ja. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Du hast gesagt Gangbang... Ja. Gangnam. Gangnam-Brille. Alter. Du. 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 Ja. Das merkst du daran, dass der Raum dunkler wird, wenn du da reingehst. Ja komm, ich geh gleich auf. Ich weiß nicht wieso. Dann weiß ich nämlich, wo ich hin muss. Okay. Oder? Ist doch schlau, ne? Ja. Zack, hat sich gedreht? Sehr smart. Da kann ich nicht rein. Da kann ich nicht rein. Naja. Naja, also komm du. Bisschen Glück. Ich glaub das vielleicht. Wir können es nochmal probieren. Jetzt sind wir zwei Räume weiter zurück. Meinst du? Eventuell ist er halt da nicht mehr da. Ich glaub erst, wenn er an einem anderen Platz... Doch er ist! ...gespawnt. Ja jetzt kannst du ja da durchgehen. Was machst denn du? Ja. Gelöt. Bisschen Action hier rein. Achso. Hopp, mach den Scheiß. Durch. Zack, zack, zack. Yes. Jetzt müsst ihr hier stehen und zack. Zack, zackalacka. Ja. Ja, von was ja auch noch cool fände, wenn das mal in Zukunft mit eingebaut werden würde. Alles aus. In diesem Raum. Wo du jetzt gerade eben durch bist, da war ja noch eine Tür. Und die kannst du dich, glaub ich, sogar durch no-clippen. Also quasi so eine Abkürzung, dann musst du durch die Gaskammer durchgehen. Kommst du da rein? Yeah. Aber da nicht. Aber da nicht. So, was wollte ich sagen? Wenn ich durch die Gaskammer genau und hatte, dass er da zum Beispiel mit diesem Fingerabdruck scanner dann, wenn du diese Hand gefunden hast, dass du da durchkommst. Ne? Okay. Ja, stimmt so eine gute Idee. Ohoho. Ne, das ist 178. 178. Gut. Das wissen wir nicht. Geht auch nicht. Aber das ist gut. Ich speichere hier. Dann hast du gerade eben schon. Dieses... Glitzer-Geräusch? Dann findest du eine Keycard, ja? Mach sie zu einer Omni-Karte. Und dann wirst du wieder den Speicherpunkt... Ja. Das ist die Hammer-Idee, du. Das war jetzt schon... Ja, ich weiß. Ich hatte gespeichert. Ist er noch da? Ist er noch da? Der ist nicht mehr da. Nee, der war jetzt in diesem Raum, wo du gerade eben bist. Also ist er jetzt weg. Oder woanders? Doch dann auch, wenn du es am wenigsten erwartest. Oh, was war das für ein Sound? Der hat mich gerade ein bisschen gefickt. Oh, äh. Wo muss ich lang? Hast du es gerade eben erwartet? Da? Da oder was? Weiß ich nicht. Also kein Navigator? Warum Keycard? Warum brauche ich da nicht... Ach so. Oh Mann. Das lohnt, war das aber scheiße. Das machen wir nicht. Oh Mann. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Richtig spannend heute. Oh, wenn das Loch da gewesen wäre, ne? Ja, das fährst aber auch, wenn du rechtzeitig die Uhr anspitzt. Hä? Ah, okay. Das ist das Ding. Warte mal, mach mal speichern, 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 speichern. Weil ich glaube, dass da dieses Porträt drin ist. Wir gucken es jetzt an und laden. Ja. Ist da noch eine Keycard? Ne, ne? Schade. Achtung, jetzt. Das bin ich. Das wäre auf Art. Why do I see myself? Huck, das bin ich selber. Er schickt man gleich. Kannst du laufen? Ne. Kann ich mal mal blinzeln. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab sie getötet. Das ist mein Punishment. Ich glaube, du erschrickst, Mann. Das ist, warum ich hier bin. Ja, der hat das bestimmt hinzugefügt, dass mich hier erschrickt. 173 Jahre. Ich bin sauer. Nee, komm, irgendwas Skyless. So ein Gesicht sieht man jetzt. Das ist so dick. Langweilig, Buh. Wenn man jetzt einen Ring hätte, wäre man von diesem Effekt bestimmt safe, oder? Das müssten wir mal probieren. Das ist doch ein Mental Shield. Aber jetzt muss ich da rückwärts durchlaufen. Ja. Wer ist nicht da? Ja. Sie gehen roll. Ja. Was? Sie abblicken mich rollend. Ach ja. Da geht's nicht weiter. Dann machen wir zu. So, wir haben das letzte Mal gespeichert vor dem Film, ne? Ja. Das ist gut. Das ist akzeptabler. Ich fand die TV echt gut. Mit dem Kicker finde ich dann ein... Das ist der Safe Care Meter. Oh nein, bitte. Oh Mann. Das ist jetzt der einzige Weg wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht findest du die Hand. Jaaa. Dann können wir zum Beispiel bei 6... 682 abkürzen. Oh yeah. Aber pass auf, ne? Warte. Ich... Weil du darfst dem nicht zu nahe kommen, weil der sonst stehen bleibt, wenn er dich bittert. Aber der andere kommt ja irgendwann auch nach, da ist keine Hand. Ich kann da lang gehen, oder? Äh, da... Ne, was... Da kommt jetzt der andere. Nichts passiert, nichts passiert. Jaaa, jetzt hast du es verpackt. Show yourself. Show yourself. Who's that? Der weiß, dass du da bist. Ja. So, lass ruhig wissen. Der läuft jetzt weiter und dann ist alles wieder friedlich. Meinst du? Ja. Who the hell is that? Lauf weiter, du Spacko. Wenn der andere kommt, bin ich gearscht. Aber die kommen ja nicht durch, ne? Ich glaub der andere kommt schon. Doch, du kommst ja durch. Der... der aber nicht. Ja, schau, der andere kommt schon. Jetzt muss ich fallen, bis der andere auch vorbei ist, oder? Wär sinnvoll. Der macht nichts. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Guck, wie die gar nicht durch die Tür passen. Ist doch voll dumm, oder? Oh, Mann. Ist das spannend. Geh, komm, komm jetzt nicht zu nah. Nein, 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 nein. Lass, lass den weitergehen. Weil jetzt sind die ein bisschen näher beieinander vielleicht. Das heißt, dass du jetzt auf der Seite mehr spielst. Wurde ich wie lang? Dann rechts, oder? Hier. Ja, so ein bisschen rechts. Schau mal da rein. Ob da die Hand ist. Warte, stopp. Vorsicht, weil der kommt jetzt da. Da komm ich nicht durch, Mann. Ne, du musst jetzt warten, bis der vorbei ist. Dann kommst du dir. Wir schauen da jetzt rechts rein. Ne, lass mal. Ob da die Hand liegt. Der schreckt nicht vom Rohr des Grauns. Oh, Mann. Wie komm ich denn da rum? Du musst denn da... Warten bis er jetzt vorbei bleibt, oder? Du gehst da rechts rein. Ne, jetzt nicht. Stopp. Wer ist da? Zurück. 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 Show yourself. Fuck, jetzt würde ich auch warten, bis der andere da auch vorbei ist. Ja. Wenn jetzt wo der weg ist. Ja, genau. Gehe ich schon hinweg. Die müssen jetzt ziemlich viert. Alter. Guck mal. Das ist jetzt richtig gut. Warten wir jetzt noch kurz. Sondern die sind eh aneinander. Die fassen sich gleich an. Ja. Wenn er klettert auf den anderen. Ja, okay. Kannst jetzt. Links dran. Iiiiih. Rohr des Grauens. Hey, diese Folge mit dem Rohr des Grauens hat so übelst viele Klicks bekommen. Was machst denn du? Hä, wo bin ich nicht? Ja, du musst jetzt da am Rohr des Grauens vorbei und dann links. Ohne zu kotzen möglichst. Die hat tausend Klicks bekommen, die Folge mit dem Rohr des Grauens. Keine Ahnung. Ja, weil die Leute wissen wollen. Warum, ja. Aber wir haben öfters schon solche komischen Titel gehabt. Und was auch gut ankam, wo wir das erste Mal den Teddy gesehen haben, wo er auf der anderen Seite so rüber lief und wir selber nicht wussten, dass es der Teddy ist. Da haben wir so eingekreist. Das war richtig paranormal. Da können wir wirklich weiter. Wenn es jetzt da auch nicht, wenn es da jetzt die Sackgasse kommt, ne. Ja, vielleicht sind wir immer noch dicht beieinander. Komm wir saven hier. Wie ein Profi. Oh, Mausback. Was? Echt? So ein Viertel. Ein Viertel. Neunzig Grad. Neunzig Grad. Auf. Oh Mann, wie sind die immer an. Um dich zu ärgern. Ich war das bis die... Aus Prinzip. Bis Ninthetworks kommt. Ohnein. War zu schnell. Hast du gerade irgendwie speichert? Ja. Gut. Also nicht davor, aber vor dem andern. Scheiße, du musst die anderen auch noch. Ohnein. Ohnein. What? What's happening? Windows Update? Hast du das? Fade to Load. 106 Normals PNG. Das läuft aber noch die Aufnahme. Dann möchte ich jetzt hier weitermachen. Ja, mach das. So, da sind wir wieder. Welches war es jetzt? Das sagt Alex. Das sagt Alex. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich das Upgrades. Ja. We are back. Diese Kack-Errors immer. Könnte mich aufregen. Das war irgendwas mit 106 PNG. Der wollte wahrscheinlich... Schon wieder. Ist das wieder dasselbe? Safe-Game quasi corrupted. Ja, kommt es, weil der an der Stelle... Access-Violation. ... vielleicht aufgetaucht wäre. 106 meine ich jetzt vorhin. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Oh scheiße, das kann man noch nicht so lassen. Jetzt war es aber ein anderer Fehler. Soll ich da nochmal starten und rückwärts gehen quasi? Ne, probier es nochmal jetzt. Ja, das ist jetzt... So, next try. Loading. Viel Spaß beim Synchronisieren. Schlau. Ja. Ja. Wir versuchen jetzt einen anderen Weg zu gehen, wo kein Error kommt. Oder sollen wir mal... ...zurück... ...einen Raum und dann wieder da hin? Ne, das wird immer auftreten, der Error. Ja, doch. Geh mal einen Raum zurück. Ach ja. Warte doch, da kannst du hin. Mach die Tür auch zu. Schau, ob da der Teddy ist. Und so. Teddy? Nein, nein. Okay. Gut, dann jetzt. Wenn jetzt nicht klappt, dann müssen wir da zurück. Oder sollen wir es dann gleich lassen? Ja. Ist vorbei, oder? Ja. Schalspiel. Dann musst du nächstes Mal wieder. So lange, bis wir den fucking Skull von nahe in Betracht getan haben. Ja, na gut. Ja, es geht ja nicht nur um Skull, sondern generell um neue SCPs. Weil wir haben bis jetzt eigentlich keine neuen SCPs gesehen, oder? Das Bild? Außer dem Bild. Außer dem Bild. Ja gut, die sind aber noch nicht die Eigenschaft. Durch die Scheibe haben wir ihn gesehen. Ja. Und was war das andere? Nein, zwischen Goggles, die Brille, die 3D-Brille. Die 3D-Brille, da waren wir da vorgestanden. Shit. Warum haben wir nicht deinen Plan befolgt und haben da geladen einfach mit der Karte? Scheiße. Scheiße. Nächstes Mal. Gut. Dann bleibt geschmeidig, wie immer. Und so weiter. Genau. Tschüss. Ja. 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 Ja.